Herzlich Willkommen zu einer neuen GTA Online Session heute mit Shigo, Freezy, Julie vielleicht, Kunran, McManus, McFly, Sachse und Liquid. Hi Leute! Hallo! Hallo! Shigo, Rage, Quidditch! Halt's Maul! Nee, ich denk sie fährt zum Strand. Ich fahr einmal irgendwo hin, ja? Muss ich noch irgendwas malen, Shigo, oder? Wie aggressiv ist die Fahrweise heute einzeln da so? Direkt ein Backflip hier am Anfang. Steinpunkte. Fahrweise, Aggressivität. Ich bin grundsätzlich ein fairer Fahrer. Ah, ok. Wow! Wie bin ich denn aufgekommen? Oh, den hat jemand weggekickt. Und noch ein Pin für euch. Oh, wow! Ok, wird schon wieder Bowling gespielt. Ja, aber sicher. Shigo auf den ersten Platz, was denn da schon wieder passiert? Oh, no, 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 no! Ich hab von irgendwem Winschatten. Oh, shit! Ja, ich auch. Holy shit! Oh, shit! Tschüss! Da sind einige weg. Also so das halbe Feld. Irgendwie hat mich richtig weggeboxt, ja. Kondrat! Kopf reinziehen! Nein, 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 nein. Mich hat einer überholt. Alter, Vater! Bist du ein... Ich hab keinen gerammt. Ne, ne. McFly wurde gerammt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich war's nicht. Ich weiß. Vor mir haben sich schweige dreht. Daraufhin hab ich die so ein bisschen dann noch geschubst. Ach, leck mich doch. Ich konnte allerdings nicht wirklich viel machen. Nein, nicht hier tupsen. Ja, hab ich nicht vor. Kondrat hat mich einfach eliminiert. Was? Du bist auch nicht drauf gesprungen. Und dann hast du mich von der Strecke gehauen. Mann. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, wie du mir da hinten reingebombst bist. Fliege. Fliege. Dafür hast du jetzt einen Windschatten. Der bringt mir halt hier gar nichts. Außer ich die Innenkurve hab. Oh Gott. Ich lass mal aufkommen, dass ich mich nicht drehe. Keine Angst, dass... Oh schön. Jetzt fällt mir grad auf, warum ich so ein Kack-Auto habe. Oh mein Gott. Hast du mir nicht da? Hast du den schon links genommen, ne? Ja. Ich hab den Standard-Auto... Also das ist schon mal hier genommen. Kondrat! Damn! Wieha! Randy! Eyo! Bist du lieb heute? Ich lieb, Alter! Mach kein Wies! Bist du heute lieb? Oh mein Gott! Bist du heute lieb? Bin ich heute lieb? Oh, Kopf an Kopf, Randy! Hinter dir! Vor allem mir hängt mein Heck ab, ey. Wieha! Oh, die Zeit, die Rundenzeit. Ich mach'n Frontflip über die Strübe, Alter! Das ist voll gemein! Wow! Hast du das gesehen? Oh Mann! Du geist Mann! Du bist so weit weg! Backflip, Kondrat! Okay. Ein cooles Backflip! Oh oh! Oh shit! Nein! Oh Gott, warum hast du dich gedreht? Nein! Nein! Wie viele Runden? Okay. Hattest du euch auch gedreht, so halb irgendwie? So halb Backflip! So halb ist gut! So halb ist gut, ey! Cooles Backflip! Freezer hat keinen Fall, deswegen hat er aufgeholt. Ah shit! Und ich, wir haben uns irgendwie, ich weiß nicht wie oft gedreht. Eigentlich tödlich, wenn du hinter mir bist. Freezer hat einen Punkt holen, ey! Oh! Mein Auto ist zu lang! Oh! 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 Ja, das sieht schon aus. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen sehr enge Kurve. Ja, das hast du halb runtergehangen. Ja. Ich würd's gleich nach rechts raustragen. Oh, Chico, wen Schatten? Oh, scheiße, ich weiß gar nicht. Vorsicht, ich bin rechts. Wow, holy shit. Oh, 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 oh. Ich hab da extra gesagt, ich bin rechts. Ja, und? Du musst rechts. Ja, du musst rechts. Manus rechts. Was? Ja, willst du das einfach leugnen? Oder hast du mich rausgehangen? Wenn du nicht da wärst, wär ich nicht raus gewesen. Ja, ist klar, ey. Robert Windschatten ist nicht so gut. Fahr da nach rechts, Chico, da ist so ne Kurve. Ja, und? Da musste ich dich durchlassen, sonst wären wir beide runter oder so. Hola. Das war, das war wirklich kein Absicht. Nee, komm, wir können das hier haben, Freunde. Das war wirklich keine Absicht, da war einfach kein Platz mehr, ne? Ey, hier hast du noch gleich. Äh, Y. Oder M. Nice war das. Das war nicht schlecht, oder? Das war so platt vor mir runtergefallen gerade. Komm, Maxi, holen wir uns. Ja, ja. Warte mal, ey, das ist super echt lang, Chico. Oh, ja, ja. Wie serious die da vorne schon wieder fahren, ne? Du hast doch so Checkpoint nicht bin. Hey, wir wollten einfach nicht bei diesem Stop von euch da weggehen. Wie serious die da vorne schon wieder fahren. Los, Maxi, Backflip nehmender! Oh, 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 das geht schief, Maxi. Oh, fuck, ey. Irgendeiner macht da was anderes als einen Backflip. Oh, 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 oh! Ja, natürlich, Manu! Mach den keiner auf gut Glück, ey. Maxi, dein Spiegel war schuld! Ach, scheiße. Oh, Manu. Was, habe ich dich erwischt? Ja, du hast mich auf jeden Fall voll auf der Bahn gebrochen. Du hast mir das voll auf ihm gebrochen. Oh, I'm sorry. Ich hab das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle gebracht. Und ich konnte da nix mehr machen. Oh, Chico macht aber auch komische Sachen. da habe ich am ersten platz geschnuppert die leute schon um mensch hallo frizzy habt ihr irgendwie heute auseinandersetzung sachse landet mir auf dem dach du wolltest es doch auch wer ist das da vorne sachse was meinst du machen jetzt relativ flink du bist fast bis zum ende der kurve sachse ist gerne oben den hauen wir jetzt weg hinten geht es um nichts mehr schnapp ihn dir sachse oh nein hat der jetzt freeze ach das war freeze ja das war ok was oh shit wie hungrig einfach fliege ja es wird eine einsame fahrt für mich glaube ich ich habe gesagt du bist schon fast im ziel crazy was sagen sie das jetzt macht er wieder ein flip easy hihi habe ich immer vor gelassen als a gentleman du wolltest nicht ram, ich habe es so gesehen Nein, ich wollte dich vorlassen und dich noch ein bisschen fordern. Ja, ach, da ist jetzt nicht so die Welt, ne? Ja. Guck mal, immer ein Erster von hinten. Tja, wenn Maxi mich hier nicht mit seinem Spiegel schon wieder aus meinem Air-Control-Konzept gebracht hätte. Oh, look mir in Hauptsache die Jogginghosen an. Ich habe keine Leoparden-Jeans gefunden, die passen zum Ausbild. Hast du gedacht? Oh, schnellste Wunderung, ich glaube es nicht. Die letzten Lern-Leoparden. Hinten hast du ja auch am meisten Boost. Ja, schön. Oh, fahren wir Standardstrecken? Ja, der sagt ja, der hat ja keine Zeit, hat er gesagt. Aber die eine müsstest du doch von gerade, müsstest du auch K-Mail machen. Ja, ne, sicher, deswegen. Wie sieht es da aus? Hier steht noch, bei dir du lädst. Ja, ich bin wieder in meinem Bildschirm hängen geblieben, noch fünf Sekunden. Bist du hängen geblieben, Chico? Halt's Maul an, bis Halt's Maul an. War das eine normale Frage? Ja, pass mal auf hier, fahr mal on ständig, Auto-Jugend. Ich habe da gar nichts gemacht, ich bin ganz gechillt. Sind wir da? Äh, dann nehmen wir hier, nehmen wir was anderes. Hier die Gargoyle. Wä? Achso. Gargoyle? Gargoyle. Die klingt, wie sie heißt. Ey, die sieht aus, wie sie heißt. Die klingt, wie sie heißt. Ja, die sieht aus, wie sie heißt. Ja, Gargoyle, sag ich gut. Ey, wo ist meine Maske hin? Wollte ich auch gerade sagen, wo ist deine schöne Holzmaske? Kannst du doch alles einstellen. Was tut die Maske auf? Nein, ich habe die aufgemalte Maske auf. Man kann bei den Outfits, äh, bei freiem Modus nicht mehr wählen zwischen den Outfits, die man alle hat, oder? Nein, ich kriege nur noch das alles. Ach, das ist doch doof, ey. Das habe ich ja zuletzt gekauft. Ich würde eigentlich ein anderes anziehen. Oh, das ist richtig, richtig, richtig. Ey, die Ketten an den Reifen. Fülle die Ketten drauf, ja, das ist grimm. Wichtig. Vielleicht schneit es gleich. Tji-Hard! Tji-Hard? So, auf geht's. Tji-Hard, habe ich gesagt. Das war schon wieder Freezy, oder? Oh, schade. Was heißt das? Hier kommt mir gar nicht bekannt vor. Woo! Oh, die Gargoyle ist ganz schön schnell. Nein, 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 nein. Die ist auch relativ fix. Nein! Ich blieb gut aus, oder? Hey, leg it! Ja, was war das denn hier? Gut, jetzt fliege es so schräg. Oh nein, ich stand auf dem Haus. Scheiße! Mann, ist das trickst du wieder. Oh, das war da aber nur mein kleiner Thatcher. Ja, ja, ich sag auch nur, ja. Bei den Mopeds ist das nicht so schlimm. Nein! Bei den... Holla! Aber bei den Mopeds ist das nicht so schlimm. Oh nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Nee, 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 ich bin auch hier. Du kannst doch... Immer dieselbe Scheiße an der selben Stelle. Wie kann man zurücksetzen? Y-Y-Y gedrückt halten. Ups. Das Problem ist, wenn du manchmal auf den Eingang fährst, dann zieht der manchmal zur Seite. Und dann hast du verloren. Oh, shit. Die Karte, die sind echt zu weit. Nein, 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 nein. Und mich einfach... Ich habe ein zweites Mal runterfahren. Scheiße. Oh nein! Man fliegt einfach mega weiter. Man fliegt super weit mit dem Mopped, ey. Ich wäre auch fast noch ein zweites Mal runter. Man zieht ja echt immer... Holy... Wenn du auf die Rampe fährst und zur Seite ziehst, ey. Okay, ich bin an dem nächsten Mal auch noch mal runtergefallen. Scheiße. Was war's? Wenn du auf eine Rampe drauf fährst, zieht dein Motorrad vielleicht manchmal nach links. Oh, fuck. Und du fliegst auch einfach hier bei der... Ich will runter nicht. Oh, ja! Ah! Das ist ein Marsch oder was? Walu kommt Marsch. Freezy hat seine Rache jetzt gerade bekommen. Also Kunda hat irgendwas haut nicht in bei uns. Ja, aber zum Glück haben wir beide den Checkpoint bekommen, ey. Ich weiß nicht, ob dein Windschatten hier gerade so... Äh, lol. Sag mal, was krieg ich denn? Aber wer ist denn ganz vorne? Meine Windischkeit. Sag's ja nicht. Du bist ja so weit vorne. Ich seh dich ja nicht mehr. Ja, wo ihr alle nur geflogen seid. Hat er die Chance genutzt. Wichtig. Nyauuu. Wiesi, was mit dir passiert? Ich bin hinter dir. War doch nur geradeaus an der Stelle. Oh Gott, der Windschatten, ey. Immer schön mitkommen. Haben Betrunkene an oder so. Ich glaube, Windschatten hier wird es wieder schlecht. Oh, ho, ho! Lol. Holy shit. Bei mir hat's mit rübergezogen, aber ich komm mich noch retten. Ey, das gibt's ja nicht. Ey, manche Rampen sind so ekelhaft. Das Motorrad erbt halt, wenn die leise ist, ey. Ich komm zu mir. Hier ist auch keiner mehr Manus. Nein! Ja, ja, das Ding ist durch. Ist das eigentlich Point-to-Point? Nein, ich kann weiterfahren. Nee, nee. Hast du da kein Checkpoint ausgelassen oben? Nein, zu Glück nicht. Ich bin einfach durchgekommen. Okay, nice. Ey, das ist wieder Runde, ne? Ja, ja. Drei Runden vor allem, oh Gott. Wir sind aber noch acht, oder? Wer ist noch hinter uns? Ich bin hinter euch. Ach ja, na eben. Das ist ganz furchtbar. So, ich bin jetzt. Oh, der Sachse verzieht gerade aber auch. Jetzt sind wir uns jetzt zwei. Oh, 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 oh. In the ghetto. In the ghetto. Der Sachse ist verschwunden auf einmal. Hier kann alles passieren, ey. Jeder kann von den Rappen einfach runterfallen. Was ist drin? Oh, crazy. Wo kommt die Ente denn her? Wo kommt die Ente denn her? Das ist ne gute Frage. Problem? Das Gute ist, als erster ist man wenigstens nicht schnell genug. Ja, das ist das Problem hier hinten, ey. Oh nein! Ja, man kommt echt nicht mehr ran. Oh Mann, ey. Das ist doch dumm mit diesen Rampen. Aber warum ist das denn so ein Problem? Ist das das nicht hoch? Oder ist das einfach die Rampen? Ne, das hatten wir aber auch mit der Akuma und Co schon mal. Oh, da ist einer. Halt ihn auf! Ich ziehe mittlerweile jetzt immer kurz vor der Rampe einmal das Vorderrad hoch. Boah, da war es knapp. Ho! Okay, hätte ich es besser hier auch gemacht. Scheiße! Kack, ey. Oh, so... What the fuck? Ist das Free? Irgendjemand hat sich... Ja, ja, ja. Oh, das sind zwei! Du bist echt Zweiter? Ja. Ja, ich war eben noch und bin runtergesprungen, Alter. Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Oh, ich hab zwei überholt? Wie ging das denn bitte? Ah doch, alle fallen runter die ganze Zeit. Okay. Das Spiel ist aufnett. Wer ist Förder? Ja. Aber jetzt Platz 3 ist mega weit weg schon wieder. Ah, du bist Förder, Kondran? Ja, ich bin Förder. Ich hab die Beine auch überholt. Was? Dann können wir nur hoffen. Alter, okay. Nee, ich bin nicht so weit weg. Ich hab mal auf euch gewartet. Na ja, da vorne. Oh, Leih! Kondran! Das sieht nach einem Treppchen aus! Seh dich! Oh, yeah! Das war die gleiche Stelle! Kann nur nur einer von euch aus Treppchen kommen. Bist du runtergefahren, Free? Ey, Maxim, ist dir das jetzt auch passiert? Ich konnte nicht mehr lenken. Ja. Ja, aber du konntest er nicht geschreddert, oder? Das konnte ich nicht mehr lenken. Ach, fuck. Ach, fuck. Eine ganze Runde halte ich das nicht. Doch, Rache üben. Oh Gott. Ach, das wird keine Runde halten. Das wird keine Runde halten. Echt Liquid? So, jetzt. Jetzt kommt zwei Sprüge. Ihr wart mega nah an mir. Ja, ich bin doch gar nicht so weit von hier weg. Jetzt, Freezy, ey. Ich hoffe, du hast Pech. Ich bin aber gerade echt gut gefahren. Ich hab Glück. Ich fliege doch gerade aus, ey. Und da vorne bist du. Und du? Ich auch. Aber jetzt kommt der zweite noch. Soll ich den Windschatten geben? Nee, nee. Den willst du doch hier an der Rampe bestimmt haben. Nee, nee. Oh, schon Freezy. Schön schnell werden. Oh, was war das? Oh, ich lande hier knapp. Maxi! Oh shit. Ja, das ist nicht meine Map. Renni! Oh, das kann ich immer Vollspeed geben. Oh nein! Nein! Warum hast du das denn gemacht? Nee, ich will das. Oh, knapp, knapp, knapp. Ich dachte, das war die andere Rampe. Da kommt dieselbe nochmal, die so lange geradeaus geht. Und ich dachte, da werden wir schon. Tipp. Nein! Oh, ich bin auch nochmal runtergekommen. Komm, ging's aus. Nein, 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 nein. Oh, kacke. Und tschüss. Aha! Hast du denn tschüss zu mir gesagt? Ja, das saß immer alles. Hahaha! Das war der... Der Kist für die Mühe. Oh Gott, jetzt heiß und tschüss. Crazy, wo bist du denn? Äh... Oh Gott, hab ich ein Mehl. Machst du mal was? War ich auch noch sehr viel Zeit? Ich weiß, aber ich bin nicht runter... Ey, ne, oder? Oh, das war schön genommen, aber... Schön, Renni. Wie viel Runden haben wir eingestellt? Acht! Das sagst du, ist gerade runtergekommen. Ahhhh! Ich bin heftig im Anzug, die Kleine. Ein klein wenig. Sah aber gut aus. Schon jemand im Ziel, ja, ne? Jetzt gleich, Freezy. Letzte Kurve. Oh, die Shit. Alter, Motor-Schaden, wo mir so klang das gerade. Ja, musst du es zurücksetzen. Jaaaa... Auf jeden Fall. Oh Shit! Ja, okay, das war's. Jetzt hab ich meinen Platz verspielt. Da ist Matthias. Mist! Naja, Freezy, mach nur dein Ding da vorne, wenn du meinst, dass das glücklich macht, ja? Fahr nur, ist in Ordnung. Ich zurückziehe an der Stelle, Shigo! Wuhuuu! Oh shit, ey. Wer starrt jetzt ein Ding nicht vom Haus gesprungen? Hallo! Hallo! Tja, mehr wie Sechster ist auch hier nicht drin. Ist der Wahnsinn, was jetzt geht, ey. Neee! Das schaffst du doch. Neee! Ach! Faut doch nicht, Halle. Aber was, ey? Oh! Bist du denn da noch mal runtergefallen? Oh Gott, nicht schon wieder! Bei der letzten großen Rampe hat's mein Motorrad auf der Rampe nach links gezogen. Dann bin ich aber vorbeigefahren. Ja genau, das ist mir aber auch die letzte Mal. Alter ey! Sechster! Einmal Achter, einmal Sechster! Was denn heute los? Wenn ihr hier noch versucht... Alle fährt nicht mit! Alle fährt nicht mit! Ja! Versucht nach hinten zu ziehen, oder? Obwohl alle auch das letzte Mal gewonnen haben im Vergleich zu Matthias. Das hat jeder gewonnen das letzte Mal. Nein, nicht jeder! Ich hoffe, jetzt kommt noch ne kurze. Ansonsten... ...wei Runden. Oh Gott! Hochgezogen! Ey, so... Also wirklich... Auf allen Dingen auch die Hose hochgezogen... Einfach nur... Was hat er für dich gemacht? Bleh! Ja... Fucker, guck mal so... Ähm... Boah, Freezy, deine schnellste Runde war schon langsam, oder? Wirklich? Die Runde war aber langsam. Bleh! Ja, waren zwei Hunde absolut weniger als ich. Okay. Dafür gibt's nen Daumen noch runter jetzt. Achso, ne, geht ja gar nicht mehr. Oh, Mann. So! Oh, Galo-Card Level 69. Wie genießt ihr? Geh, 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 geh. Achter seiner Connected? Mhm. Ähm... Aber Chewie geht auch wieder. Warte, ich kann doch jetzt die Settings confirm und dann... Ah, er ist hier schön weg. Ja. Machen wir zwei Runden jetzt bei der letzten hier für den Part. Alles klar. Und äh... Nehmen wir mal den Sprung Buffalo. Irgendjemand hat schon den Omnis gewählt. Wer nennen wir ihn? Wer bespätigt denn das? Waffalo! 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 Ah, da ist die Holzmuskel. Ja. Also Maxi, also Maxi, du siehst aber auch... Der war's denn von hinten genommen aus. Ey, ohne Mist. Das sagst du erst mal am Saugen. Du hast doch genau das Elbe auf. Aber doch nicht mit der... Das gibt es nicht. Und die Brusthaare da oben raus. Oh ne, Alter. Nur weil du keine Haare auf der Brust hast, kann ich doch nichts dafür. Da bin ich auch verdammt stolz drauf. Oh Mann. Rang erhöht. Oh, da wird schon wieder richtig rumgedrängelt hier... Oh, habt ihr gesehen, wie ready? Ey! Der wird... Lass mich frei. Alter! Wir kommen hier aus dem Sprung, oder? Nein! Das hat ihr gefallen für sie im Sandwich, oder? Das war ein gelber, oder? Vor dem Checkpoint hat noch keiner runtergeboxt. Ich bin... Ich? Nein! Also ich war's definitiv nicht. Ich bin in der roten Röhre gespawnt jetzt. Mardus, hast du ein gelbes Auto? Die Hornisse. Okay. Das heißt, die Hornisse mein Auto. Mehr möchte ich nicht... Aber! Ich seh grad, es gibt zwei gelbe Autos. Es gibt mehr gelbe Autos. Da, du hast selber ein gelbes Auto! Das darf ja wohl nicht wahr sein! Das ist ja wohl ne bodenlose Frechheit. War ein gelbes Auto, ja, ja, ja. Ich hab mich schon die ganze Zeit gewunden. Den ersten gelben Autos. Ja. Wer ist denn da vorne? Es ist hier wieder der Sack. Wer nervt? Mach dich hin da! Wer landet hier auf mir? Oh. Wah-oh-oh. Okay. Hey, ich hab aber... Boah, ja! War das noch nicht gedreht? Nein, 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 nein. Nicht gedreht. Ach so? Nein, ja, so ein bisschen da aber nur. So ein kleines bisschen war das noch. Wir waren noch im Rätel. Wir denken immer? Ja, aber es war ja nur so ein bisschen getätselt. So ein bisschen hat er mich gedreht. Bisschen getätselt. Das Auto kommt nicht mehr um die Kackkurve. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Wenn die zufahren. Oh, Kunran. Alter. Diese Karaboulage hier, ey. Karaboulage. Weil die Autos auch nur 5 km fahren. Das denkst du nur, die sind eigentlich voll gut. Kommt auch keiner weg. Ja, ist eigentlich echt ganz gut hier. So, ich seh ich mal wieder jemanden. So ist jetzt, Kunran, gib da mal ein bisschen Gas. Oh Gott. Kuss dich. Sachse, bitte. Oh, nein. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der arme Sachse, der war doch gar nicht der erste. Kunran, mach mir Scheiß. Oh. Leck mich am Arsch, ey. Der Streckenabschnitt ist geil. Alter. Der Streckenabschnitt war super cool. Der war super cool, ja. So, da vorne. Hä? Wann hab ich denn alle in der Röhre überholt? Die sind ein bisschen gecrashed. Ein wenig. Pinuppel. Oh. Oh. Schigo. Maxi. Was denn? Du wirst dich entscheidend bevor ich an dir ran bin, ob wir das hier easy machen oder nicht so. Ah. Nice. Der schmeißt da hier mit den Kegeln um sich. Alter, hab ich gehofft, Manus zu treffen. Was? Du bist zu langsam gefallen. Ich wollte noch den, den, warum bist du McFly weggehaut? McFly, was? McFly war da, falsch gemacht auf der Straße. Ja, weil er mir ins Heck gefahren ist und hat's nicht gebacken gekriegt. Oh. Dein, 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 dein. Dein Heck war zu groß, das hat zu toll gefehlt. Na kommst du nicht um die Kurve? Ja, Matros kommt wieder. Die Hornnisse hier, die macht gerade, die Hornnisse, die sticht hier von hinten mit. Nein, egal, vergiss es einfach. Du willst wieder Sechster werden, Carlos. Nein. Sorge ich mir. Diesmal nicht. Tim. Da kommt doch gleich noch ein schöner Spruck. Nee. Aber nicht für dich. Nein. Bist du vorbeigesprungen, Physik? Ja. Oh, da ist er ja. Ganz einfach überholt. Einfach überholt. Also, schnell! Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, lol. Wie langsam man einfach ist als Erster. Topsi. Als ob. Deswegen kamst du auch so gut um die Kurve. Oh, was hat das dein Konrad? Was sagst du, Mann? Ja, geflippt hab ich dich. Randy, der macht hier, der schiebt sich mit Bescher als Bande. Konrad schon wieder. Da kommt ich auch mit dem Königs für. Oh, da kommen die anderen. Los, jetzt boosten wir uns hier noch schön ran und vorm Ziel hauen wir ihn weg. So einfach ist das. Oh, nein. Oh, nein. Da kann man auch nicht mehr ausbrechen in der Röhre. Jetzt wirst du mal den sächsischen Zorn spüren, mein Freund. Du machst ihn fertig, oder? Los, Randy. Der ist genau hinter dir, der will dich drehen. Ja. Diesmal bringen deine Ausreden gar nichts. Der will dich weiter werden und will dich doch raushauen. Ach, nö. Ich gönne auch Randy den Ersten. Jetzt wird's interessant hier. Jetzt wird's interessant. Der wird's Lied aufbauen. Oh, nein. Du bist da nicht normal. Warum, Randy? Oh, Mann. Warum dreh ich mich aus? Kun dran. Da hat's ja selber nichts noch für mich. Hat's ja selber weggeschmissen. Oh, Mann. Jetzt haben wir da nur den Sieg geschenkt, ne? Da hab ich kurz Schieß gehabt. Das war knapp. Ach, Mann. Ich hab mich einfach... Boom. Loll. Wo kommst du denn her? Komm, komm, komm. Ach, nee. Ach, fuck it, ey. Nur Zweiter. Ach, den hätt mal gekriegt, ey. Ich war so nah dran. Und da kam von der Seite ein Sachse geflogen. Ein Sachse geflogen. Ich hätte den Zweiter aus. Einer aus Sachsen kam geflogen. Dann dreh ich mich noch in der Röhre auf. Shit. Naja, wenigst ein paar Punkte. Vielleicht Sechster. Oder vielleicht nur Glickman. Ich schaff's einfach nicht mehr zu gewinnen bei GTS. Ja, ich versteh's nicht. So ein richtiger Fluch auf mir. Sowohl das ziemlich knapp war. Ja, es war halt der Fehler, dass du vorne warst wegen der Windschatten. Das hat mich halt aus der Bahn gedreht. Ich mach dasselbe nochmal. Ja, leider in mich rein. Aber ich hab eine Runde gebraucht, um vom 8. auf den 7. zu kommen. Nur weil ich am Anfang vor dem Checkpointer weggeboxt wurde. Und du startest in der Röhre, die schräg nach oben geht. Das ist schlecht. Du rollst fast rückwärts. Ja, das war auch Manus. Nein, du meinst das gelbe Auto. Das gelbe Auto, genau. Das gelbe Auto, was gewonnen hat. Nee, nee. Ich hab das gesehen, dass du das warst. Du warst so dicht, wie du dran warst. Ist mir klar, dass du das gesehen hast. Ich konnte sich leider nur eine Holzmaske leisten. Der erste Part für diese Session ist zu Ende. Leute, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Lasst ein Like, den Shop, den Kanal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. 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 Tschüss.